nicht vergessen diese konstellation das ist mein favorit und jetzt geht es gleich zum kampf mit der hirt gegen storm und das ist eigentlich einfach ihr müsst ihr zuallererst parieren wie immer halt und dann halt ganz normal leichte schläge erst mal dann wieder leichte schläge und dann müsst ihr ein abwarten wieder parieren ganz schön und dann ist es im torkel modus im torkel ist kann sie keinen abwehrbaren angriffe tätigen und dann tun wir wieder mal so sammeln so schön unsere sk2 gleich machen bum 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 und dann sind sie unsichtbar und wenn die uns wie man gesehen hat angreifen mit ihrer superkraft dann sind dann nur viel schläge so dann natürlich kann es sein dass man auch getroffen wert wenn man pech hat und jetzt nicht unsichtbar ist ist nicht so schlimm dann noch mal schön drauf dann wieder mal schön drauf wieder mal eine sk2 zünden jetzt ganz einfach abonniere nicht vergessen und like that's it danke